Oh, geht doch nicht über eine quietschene Tür, nicht? Oh, Stili-Bambina? Stili-Bambina? So! Ja, wartet, ist ein bisschen klein für dich, Großen. Oh, Gott. Ich finde das so makaber, Hühnerfüße zu füttern, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ja, ja. Ja, aber ihr liebt es, ne? Und da habe ich meine Hühner rumlaufen, also irgendwie ist das schon pervers. Der Kleine ist noch beschäftigt, der kriegt dann noch ein winziges Füßchen, ja. Ne, meine Hühnis, ihr seht das nicht, ne? Nein, nein, nein. Ne, Flitzi-Flitz. Ne, Stili reicht jetzt, ne? Das ist die Belohnung dafür, dass ihr mir ein Haus eingesaut habt, bis zum Gehtnehmär, ne? Ja, habt ihr euch so viel Mühe gegeben. Willst du auch noch eins? Willst du auch noch eins? Ja, dann komm. Kleine Maus. Ich wollte den Kalli filmen, du, ja. Kleine Maus. Ne, reicht jetzt, Deli Maus, ne? Ja. Wird nicht die ganze Tüte auf einmal verfüttert? Piano, Piano, ne? Ja. Ne, du Große. Ne, gefällt dir, ne? Ja, die magst du also auch, ne? Ja, ja. Ja, reicht jetzt, ihr Säcke. Genug gemampft!